Objektivismus ist die Philosophie der Philosophin Ayn Rand. Die Kernthesen sind, dass die Realität objektiv ist und das einzige Überlebenswerkzeug der Menschen der eigene Verstand ist. Daraus folgt die Tugend des Egoismus. Das heißt, dass jedes Individuum selbst für die eigene Glückseligkeit verantwortlich ist. In den Worten von John Galt I swear by my life and the love of it that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine. Um tiefer in den Objektivismus abzutauchen, höre die Tugend des Egoismus im Alexanarcho-Podcast. Kapitel 4 der Tugend des Egoismus trägt den Namen die Interessenkonflikte und Interessenkonflikte ist hier in Anführungszeichen geschrieben. Es ist wieder ein Kapitel von unserer Lieblingsautorin Ayn Rand und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Einige Objektivisten finden es schwierig, das objektivistische Prinzip zu verstehen, dass es keine Interessenkonflikte unter rationalen Menschen gibt. Eine typische Frage lautet wie folgt. Nehmen wir an, zwei Männer bewerben sich um die gleiche Stelle. Nur einer kann eingestellt werden. Ist das nicht ein Interessenkonflikt und ist nicht der Vorteil des einen erkauft durch das Opfer des anderen? In der Sicht eines rationalen Menschen auf sein Eigeninteresse gibt es vier zusammenhängende Überlegungen, welche aber ignoriert oder ausgeblendet werden, sowohl im oben genannten Beispiel als auch in allen ähnlichen Ansätzen zu diesem Thema. Ich werde sie unterteilen in Wir werden heute also uns genauer mit Interessenkonflikten beschäftigen. Und die These von Ayn Rand ist, dass es das gar nicht gibt. Da wir gute Philosophen sind, werden wir das Problem nicht nur an der Oberfläche betrachten, sondern auch ein bisschen tiefer bohren. Und da diese Analysen sind jetzt also aufgesplittet in Realität, Kontext, Verantwortung und Anstrengung. Das ist immer ganz positiv oder immer ganz gut, wenn wir eben ein Problem von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Ebenen aus betrachten. Und die fundamentalste Ebene, denke ich gerade für Anarchokapitalisten, wie mich jetzt, ist die Ebene der Eigentumsrechte. Aber ein Rant geht da noch ein bisschen weiter, beziehungsweise splittet das noch mehr auf, und zwar die erste Ebene in die Realität. Was ist damit genau gemeint? Also, A. Der Begriff Interessen ist eine umfassende Abstraktion, die das gesamte Feld der Ethik abdeckt. Sie enthält Werte, Wünsche, Ziele und deren Tatsächliches Erreichen. Die Interessen eines Menschen hängen von den Zielen ab, die er verfolgt. Die Wahl der Ziele hängt von seinen Wünschen ab. Seine Wünsche hängen von seinen Werten ab. Und für einen rationalen Menschen hängen seine Werte vom Urteil seines Verstandes ab. Also, das ist immer, ja, wir sehen jetzt hier also die Logik-Kette. Wir haben also Interessen auf der niedrigsten Ebene oder auf der höchsten Ebene, je nachdem, ob wir von unten nach oben oder von oben nach unten gehen wollen. Aus Interessen folgen die Ziele. Oder die, lass uns von der obersten Ebene gehen. Ja, also wir haben unseren Verstand. Das ist natürlich bei einem Rant immer ganz, ganz wichtig, weil der Verstand das Überlebenswerkzeug der Menschen ist. Und aus diesem Verstand leiten wir unsere Werte ab. Zum Beispiel das eigene Überleben. Das ist so einfach ein No-Brainer-Wert, weil ohne das eigene Überleben als Wert zu haben, ja, sind wir dem Tod geweiht. Und deswegen ist das natürlich ein sehr wichtiger Wert. Aus diesem Wert können wir jetzt also unsere Wünsche ableiten und aus diesen Wünschen konkrete Ziele. Zum Beispiel, ich möchte, was weiß ich, 60.000 Euro in diesem Jahr verdienen, um mein Überleben zu sichern. Oder, ja, alles möglich. Ich möchte, bei mir jetzt konkret, ich möchte stärker werden, um was für meine Gesundheit zu tun. Und deswegen gehe ich jetzt zum Beispiel Gewicht heben. Gut, also, und aus diesen Zielen kommen die letztlichen Interessen. Das ist einfach nur die Realitätsebene genauer betrachtet. Aber es geht noch weiter. Wünsche oder Gefühle oder Launen sind keine Werkzeuge der Wahrnehmung. Sie sind kein gültiger Wertmaßstab und kein gültiges Kriterium für Interessen. Die bloße Tatsache, dass ein Mensch etwas wünscht, ist kein Beweis dafür, dass das Objekt der Begierde gut ist oder ob sein Erreichen wirklich in seinem Interesse liegt. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen nicht unsere Wünsche, beziehungsweise ich werde jetzt das Wort Launen eher benutzen, für unsere tatsächlichen Interessen verwechseln. Beziehungsweise nur weil ich eine Laune habe, heißt das noch lange nicht, dass diese Laune gut ist. Ja, weil meine Laune könnte ja auch sein, hey, ich drücke noch 15 Mal aufs Snooze beim Wecker und komme dann verspätet zur Arbeit oder so. Und letztendlich würde das dann natürlich nicht meinen Werten entsprechen. Ja, und das wäre dann wieder die Integrität, die wir auch schon im letzten Kapitel angesprochen haben. Also nur weil wir etwas wünschen, weil wir eine Laune haben, ist das noch kein Beweis dafür, dass das Objekt unserer Begierde gut ist, also gut im Sinne von förderlich für unsere Werte. Zu behaupten, dass die Interessen eines Menschen geopfert würden, wenn einer seiner Wünsche nicht erfüllt wird, ist eine subjektivistische Auffassung von Werten und Interessen. Diese Auffassung bedeutet, dass es richtig moralisch und möglich sei, seine Ziele zu erreichen, ungeachtet dessen, ob sie den Tatsachen der Realität widersprechen oder nicht. Sie bedeutet, eine irrationale oder mystische Weltanschauung zu haben, was bedeutet, dass sie keine weitere Betrachtung verdient. Also Mystizismus aus dem Fenster geworfen werden wir uns nicht weiter mit befassen, aber trotzdem vielleicht nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass, wenn wir zu behaupten, dass die Interessen eines Menschen geopfert würden, wenn er seine Wünsche nicht erfüllt. Das ist also subjektivistisch. Und aus dieser subjektivistischen Auffassung ist halt alles, was wir uns wünschen, ist halt das moralisch Richtige und Gute. Und das ist nicht so, weil wir müssen uns der Realität unseres Menschseins anpassen. Und jetzt nochmal zum Beispiel, wenn ich im Bett liegen bleibe, dann, ja gut, ich kann das vielleicht für 15 Minuten machen, vielleicht auch für eine halbe Stunde, aber wenn ich das 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden mache, dann wird mein Körper wahrscheinlich an seine Grenzen kommen. Das heißt, die Realität des Menschseins macht sich bemerkbar, weil man zum Beispiel trinken muss, was Klo gehen muss, was essen muss und so weiter. In der Wahl seiner Ziele, der spezifischen Werte, die er erlangen und oder behalten will, wird ein rationaler Mensch von seinem Denken gelenkt, von einem Prozess der Vernunft, nicht von seinen Gefühlen oder Wünschen. Er hält Wünsche nicht für unreduzierbare Grundsätze oder für das Gegebene, was zu verfolgen er vom Schicksal bestimmt ist. Er hält, weil ich es will oder weil mir danach ist, nicht für eine ausreichende Ursache und Rechtfertigung seiner Handlungen. Er wählt und oder identifiziert seine Wünsche durch einen Prozess der Vernunft und handelt nicht, bevor er in der Lage ist, seinen Wunsch im vollen Kontext seines Wissens und seine anderen Werte und Ziele rational zu begründen. Er handelt nicht, bevor er in der Lage ist zu sagen, ich will es, weil es richtig ist. Also nur jetzt aus einer Laune heraus zu sagen, ja, meine Güte, die Laune ist jetzt halt, dass ich mich faul fühle und liegen bleiben will, das alleine rechtfertigt im rationalen Kontext noch keinen Wunsch. Um einen Wunsch zu rechtfertigen, müssen wir unseren Computer im Gehirn anschalten beziehungsweise das Gehirn anschalten und ein bisschen denken und uns überlegen, inwiefern dieser Wunsch in den Kontext unseres Wissens passt. Und das Wissen würde uns jetzt zum Beispiel sagen, ja, Digga, wenn du im Bett liegen bleibst, ist zwar ganz toll und so für eine Minute, aber auf kurz oder lang wird es dir da auch nicht mehr gefallen. Und deswegen kann das kein rationaler, kein richtiger Wunsch sein. Und richtig jetzt im Sinne von richtig und falsch. Das Gesetz der Identität A gleich A ist die höchste Instanz der Bestimmung seiner Interessen. Er weiß, dass das Widersprüchliche das Unmögliche ist, dass ein Widerspruch in der Realität nicht erlangt werden kann und dass der Versuch, einen Widerspruch zu erreichen, nur zu Unheil und Zerstörung führen kann. Deswegen erlaubt er sich nicht, widersprüchliche Werte zu haben, widersprüchliche Ziele zu verfolgen oder zu glauben, dass das Streben nach Widersprüchen jemals in seinem Interesse liegen könnte. Wir haben zum Beispiel das Zitat, I want to eat my cake and have it too. Also ich möchte meinen Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten. Das funktioniert nicht. Das ist ein Widerspruch. Und nach dem Gesetz der Identität, ich glaube, das ist von Aristoteles, ja, das ist einfach so, in der Realität gibt es keine Widersprüche. Beziehungsweise, wenn wir einen Widerspruch merken, dann sollten alle Alarmglocken läuten und wir müssen diesen ganzen Denkprozess nochmal von vorne anstoßen. Weil zum Beispiel unsere Prämissen gar nicht richtig sind. Also wenn ich falsche Prämissen habe, dann kann ich auf Widersprüche kommen. Und dann muss man halt, ja, wenn unter dem Strich dann ein Widerspruch rauskommt, dann muss man zurückgehen und die Prämissen checken. Ich möchte mal kurz ein Beispiel machen, um das ein bisschen zu illustrieren. Also, zum Beispiel, wenn es regnet, ist die Straße nass. Ja, das ist also ein Beispiel, was mich noch aus der Universität erinnern kann, weil wir da eben auch Logik hatten und da eben auch diesen ganzen Kladderadatsch gelernt haben. Wenn ich jetzt eine widersprüchliche, eine widersprüchliche Prämisse habe, ja, zum Beispiel, wenn es regnet, ist die Straße nicht nass. Dann kann ich, ja, dann ist die Straße nass und ich folgere daraus, ah, es regnet nicht. Dabei ist nur meine Prämisse falsch und deswegen komme ich auch auf einen Widerspruch, weil es ja regnet. Ja, es regnet und wenn es regnet, ist die Straße nicht nass. Ich beobachte die Straße und merke, dass sie nass ist und muss dann zurück zu meinen Prämissen gehen und meine Prämisse überarbeiten. Und die richtige Prämisse wäre dann zum Beispiel, wenn es regnet, ist die Straße nass. Gut, ich weiß, das ist jetzt nur ein, ja, illustratorisches Beispiel und natürlich könnte man sich Kontexte vorstellen, unter denen das falsch wäre. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich einen überdachten Teil der Straße habe, ja, dann kann es regnen und dieser überdachte Teil der Straße ist eben nicht nass. Aber gut, ich denke, der Punkt steht trotzdem und ihr habt ihn hoffentlich verstanden. Nur ein Irrationalist, ein Mystiker oder ein Subjektivist, in dieser Kategorie schließe ich alle ein, die Glauben, Gefühle oder Wünsche für einen Wertemaßstab halten, leben in einem ständigen Interessenkonflikt. Seine angeblichen Interessen kollidieren nicht nur mit denen anderer Menschen, sondern auch mit den eigenen. Also, wir merken uns einfach, ich denke, das ist so die Quintessenz aus diesem Paragrafen. Ein Irrationalist, ein Mystiker, ein Subjektivist ist jemand, der sein Glauben, seine Gefühle oder seine Wünsche für Wertemaßstäbe hält. Zum Beispiel, ey, ja, mein Wunsch ist, meine Laune ist, ich möchte im Bett liegen bleiben, ich fühle mich faul und ich glaube, dass das trotzdem mein Überleben weiterbringen kann. Und weil ich einfach mich so fühle, ja, ist das ein Wert und deswegen mache ich keinen Finger krumm. Und wir merken also, dass Leute wie das, die eben jetzt also ihre Gefühle zum Wertemaßstab erheben und nochmal Wertemaßstab ist ja das, woran ich die Werte messe. Die leben in einem ständigen Interessenkonflikt. Nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst und gerade mit sich selbst. Und ich denke, das ist auch das Destruktive, wenn man, ja, seine Gefühle zum Wertemaßstab auserwählt. Niemand findet es schwierig, einen Mann von philosophischer Betrachtung auszuschließen, der jammert, dass das Leben ihn in einen unlösbaren Konflikt gefangen hält, weil er seinen Kuchen nicht behalten und ihn essen kann. Dieses Problem erlangt auch keine intellektuelle Gültigkeit, wenn es mehr als Kuchen umfasst. Ob man es ausdehnt auf das ganze Universum, wie in den Lehren des Existenzialismus oder nur auf einige zufällige Launen und Ausflüchte, wie bei den meisten Leuten. Wenn ein Mensch den Zustand erreicht, wo er behauptet, dass die Interessen des Menschen im Konflikt mit der Realität stehen, wird der Begriff Interessen sinnlos. Und sein Problem ist nicht länger philosophisch, sondern psychologisch. Also, ein harter Schuss gegen die Subjektivisten. Wenn du jemand mal hören würdest, oder wenn du jemand mal sagen hörst, ja, der Mensch steht im Konflikt mit der Realität, dann hat der Begriff Interessen keine Bedeutung mehr. Und du solltest dich wahrscheinlich, du solltest die Beine in die Hand nehmen und von diesem Menschen davon kommen, weil das dann wahrscheinlich von psychologischen Problemen innerhalb dieses Menschen zeugt. Damit kommen wir zum B, also zum Kontext. Das heißt, wir verlassen jetzt die Realitätsebene. Ja, wir haben eigentlich schon dargelegt, oder ein Rant hat schon dargelegt, wie dieser Interessenskonflikt auf der Realitätsebene nicht existiert. Jetzt verlassen wir die Realität sozusagen. Nein, wir verlassen die Realität natürlich nicht, aber wir fokussieren uns auf einen anderen Aspekt, und zwar den Kontext genau. Genau wie ein rationaler Mensch keine Überzeugungen ohne Kontext hat, das heißt, ohne sie zum Rest seines Wissens in Beziehung zu setzen und mögliche Widersprüche aufzulösen, genauso hat und verfolgt er keine Wünsche ohne Kontext. Er fällt sein Urteil darüber, was in seinem Interesse liegt, nicht ohne Kontext und nicht aus der Laune des Augenblicks heraus. Das heißt, wir brauchen immer, und wir haben in der Regel auch immer, einen Kontext, erst mal zu unserem Wissen. Ja, wir wissen bestimmte Sachen über das Universum, und das ist unser Kontext. Und auf der anderen Seite ordnen sich unsere Wünsche auch in diesem Kontext ein. Also Wünsche ohne Kontext, so wie Kant, die zum Beispiel postulieren würde, ja mit dem kategorischen Imperativ, handele so, dass die Maxime des Handelns zu einer allgemeinen oder verallgemeinerbaren Regel werden kann. Das ist, ja, für einen Rant das Schlimmste, was es nur gibt. Und nicht zuletzt hat sie auch oft Kant als Monster bezeichnet. Ja, Kant ein, da ist der Name Programm. Und gut. Kontextignorierung ist eine der wichtigsten psychologischen Verdrängnismethoden. Bezüglich seiner Wünsche hat der Mensch hauptsächlich zwei Methoden der Kontextignorierung. Die Frage der Zeit und die Frage der Mittel. Ja, also wir können jetzt, um Kontext zu ignorieren, wenn wir uns der Realität entziehen wollen und auch vor allem dem Kontext entziehen wollen, entweder die Zeit ignorieren oder die Mittel ignorieren. Ein rationaler Mensch sieht seine Interessen auf sein gesamtes Leben hin und wählt seine Ziele dementsprechend. Das bedeutet nicht, dass er allwissend, unfehlbar oder mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet sein muss. Es bedeutet, dass er sein Leben nicht kurzfristig lebt und nicht wie ein Taugenichts je nach Laune des Augenblicks herumbummelt. Es bedeutet, dass er einen Moment nicht als abgeschnitten vom Kontext seines restlichen Lebens betrachtet und dass er keine Konflikte und Widersprüche zwischen seinen kurz- und langfristigen Interessen zulässt. Er würde zu seinem eigenen Zerstörer, wenn er heute einen Wunsch verfolgt, der morgen all seine Werte auslöscht. Ja, also zum Beispiel, mein Wunsch heute ist, im Bett liegen zu bleiben. Mein Wunsch morgen ist, die, was ist es nicht, Hausarbeit abzugeben. Ich weiß, dass ich dafür noch 20 Seiten schreiben muss. Und ja, der Wunsch, wenn der kurzfristige Wunsch jetzt dem langfristigen Wunsch widerspricht, dann sollten wieder die Alarmglocken bummeln, die Alarmglocken läuten. Und wir sollten merken, dass das nicht vereinbar ist. Wir haben hier wieder einen Widerspruch und wir würden zu unserem eigenen Zerstörer werden. Das erinnert mich natürlich sehr stark an die Regel von Jordan Peterson aus dem Buch Twelve Rules for Life, An Antidote to Chaos, wo er sagt, do what is meaningful, not what is expedient. Und für die Leute, die jetzt nicht so der englischen Sprache mächtig sind, bedeutet das ungefähr, tue, was Bedeutung hat und nicht das, was dir in den Schoß fällt. Und noch mal zu meinem Snooze-Beispiel zurück. Wenn ich jetzt hier liegen bleibe, das ist expedient. Das fällt mir in den Schoß. Da muss ich nichts dafür machen. Wohingegen die Hausarbeit zu tippen, das hat Bedeutung. Und ein Rant würde das wahrscheinlich unter der Linse betrachten, die kurz- und langfristigen Interessen. Wir sollten, ja, um noch mal zu Jordan Peterson zu kommen, wir sollten darauf achten, dass unsere Trajectory, also unsere Flugbahn, in Linie ist und kein Zickzack. Ja, weil der Zickzack, das ist keine richtige Flugbahn. Also, ich habe noch nie einen Stein geworfen. Ich habe noch nie einen Stein geworfen. Ich beende diesen Satz hier. Ich habe noch nie einen Ball geworfen, der dann auf einmal im Zickzack geflogen ist, weil das, ja, das gibt es halt nicht. Ja, der fliegt in einer Bahn. Ein rationaler Mensch befriedigt sich nicht damit, sich nach Zwecken und ohne Mittel zu sehnen. Er hat keine Wünsche, ohne zu wissen oder zu lernen, welche Mittel diesen Wunsch erfüllen können. Da er weiß, dass die Natur ihn nicht mit der automatischen Erfüllung seiner Wünsche versorgt, dass seine Ziele und Werte durch seine eigenen Anstrengungen erlangt werden müssen, dass das Leben und die Anstrengungen anderer Menschen nicht sein Eigentum sind und sie nicht dazu da sind, seinen Wünsche zu dienen, hat ein rationaler Mensch keine Wünsche oder Ziele, die nicht direkt oder indirekt durch eigene Anstrengungen erlangt werden können. Erst mit dem richtigen Verständnis, dieses Indirekten, beginnt die entscheidende gesellschaftliche Frage. Okay. Ich habe ein Selbsthilfebuch gelesen, was ich euch natürlich auch sehr stark empfehlen kann und zwar heißt das Seven Habits of Highly Effective People. Und in diesem Buch, da muss ich jetzt gerade daran denken, mit den direkten und indirekten Anstrengungen, die man selber betätigen kann. In diesem Buch gibt es also ein Konzept und das Konzept heißt The Circle of Concern und The Circle of Influence. Also der Kreis des Einflusses, ja, Influence und der Kreis der Sorge, ja, oder Konzern. Wie übersetzt man das? Muss ich da jetzt echt googeln? Alter Leute. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte ganz gut Englisch, aber dafür reicht es jetzt wohl nicht aus. Hallo? Also, ich bin jetzt hier auf einer Internetseite und die übersetzen Konzern als Befürchtung, Anliegen, Belang, Besorgnisse, ja, oder Bedenken. Also wir können uns grob etwas darunter vorstellen. Alles, was ich, worüber ich mir Sorgen machen kann, dass ein Coronavirus die Welt auslöscht, dass Atomkrieg zwischen Russland und den USA entfacht und so weiter und so fort, das sind alles Besorgnisse. Und der Autor des Buches Seven Habits of Highly Effective People sagt jetzt also, wir müssen uns das so vorstellen, der Kreis der Besorgnis ist sehr, sehr groß. Ja, da kann eben alles drunter fallen, sowas wie der Coronavirus jetzt zum Beispiel. Aber wir können darauf keinen direkten Einfluss nehmen. Allerdings haben wir ja noch den kleineren Kreis, der sozusagen in dem Kreis der Besorgnis drin liegt, und zwar der Kreis des Einflusses. Und diesen Kreis können wir zu 100% bestimmen. Das heißt einfach, das, was ich tatsächlich in der Welt machen kann, was ich mit meinem Leben machen kann. Und um jetzt zum Beispiel auf das Corona-Beispiel zu kommen, ja, Corona, ganz schlimm, ich habe da große Angst davor. Ich kann aber daran nichts ändern. Ich kann andere Leute, oder ich kann für andere Leute nicht ihr Leben leben. Ich kann nicht sagen, ja, du bleibst jetzt in deinem Haus für zwei Wochen oder so, weil das nicht mein Eigentum ist. Das heißt, ich habe darauf keinen Einfluss. Worauf ich Einfluss habe, ist zum Beispiel, dass ich meine Hände wasche, ja, dass ich mich nicht in hochpopulierten Plätzen aufhalte, dass ich keine Kreuzfahrt mache, wo die Luft recycelt wird und so weiter und so fort. Also, und das Schöne ist jetzt irgendwie, und jetzt kommen wir so auf ein anderes Thema, aber ich denke, das ist auch ganz hilfreich. Das Schöne ist jetzt zu realisieren, dass wenn wir uns nur auf den Kreis des Einflusses fokussieren und den Kreis des Bedenkens mal komplett ausblenden, dann können wir unseren Kreis des Einflusses ausweiten. Und das führt dann dazu, ja, so nach dem russoschen Prinzip, wenn ich in meinem eigenen Garten gärtner, dann verändere ich die Welt. Und wir müssen jetzt also einfach als rationale Menschen verstehen, dass wir, ja, nur Wünsche und Ziele halten können, die wir auch tatsächlich direkt beeinflussen können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir wünsche, ja, eine sozialistische Weltordnung oder, guck, ich bin jetzt kein Sozialist, aber ich wünsche mir eine anarchische Weltordnung, das ist im Kreis der Besorgnis oder im Kreis der Anliegen, ja, da habe ich keinen direkten Einfluss drauf. Wenn ich das jetzt aber runterbreche, auf meinen Kreis des Einflusses, dann heißt das für mich zum Beispiel, ja, keine Aggression gegen meine Mitmenschen anzuwenden und, was weiß ich, ein gutes Vorbild für andere Leute zu sein und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die ich tatsächlich auch jetzt schon in meinem Leben verändern kann. Und, wer weiß, wer weiß, wenn ich jetzt ein strahlendes Vorbild für euch alle bin, vielleicht kommt der ein oder andere dann von der, ja, kommt der ein oder andere zu meiner Weltanschauung und so kann ich auch das viel größere, viel weiter wegliegende Ziel sozusagen, wobei es ja kein richtiges Ziel ist, der, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, anarchischen Weltordnung eher in die Realität umsetzen. Also, das ist einfach so eine Lektion, die wir alle mal mit nach Hause nehmen. Wenn wir ein Problem haben, ein vermeintliches Ziel oder einen Wunsch, dann fragen wir uns erstmal, kann ich das direkt beeinflussen? Kann ich irgendwas an meinem Verhalten verändern, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn wir darüber lange grübeln und feststellen, nein, ich kann eigentlich gar nichts daran verändern, dann sollten wir das mal aus dem, ja, aus dem Gedankenprozess herausschieben und uns mit was anderem beschäftigen, das wir tatsächlich verändern können. Gut. Und in den meisten Fällen ist es so, ja, du kannst nicht die Welt verändern, aber du kannst dich selbst verändern. Und wenn du dich selbst veränderst, ich würde sagen, dann hast du den Kampf schon gewonnen. Und du hast 100% dafür gegeben, den ideologischen Krieg, der da auch immer ausgefochten wird, in eine bestimmte Richtung zu drängen. Weil es ist sehr lähmend, wenn wir uns die ganze Zeit auf diesen Kreis der Besorgnis fokussieren. Wenn wir sagen, ja, da muss der Staat doch mal was machen. Das ist immer so, das liegt im Kreis der Besorgnis drin, da haben wir keinen wirklichen Einfluss darauf. Und das bedeutet dann auch so, ja, ich muss ja nichts machen. Zum Beispiel, das fand ich ein sehr gutes Video von Charles Krüger, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Jetzt muss ich mir das kurz ausschreiben. Da hat er über den individuellen Wandel und über den, ja, gesellschaftlichen Wandel gesprochen. Und er hat dann irgendwie so, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, er hat so ein Zitat rausgesucht von so Klimaaktivisten, die gesagt haben, ja, wir wollen gar keinen individuellen Wandel. Wir wollen gar nicht, dass du deinen, ja, Kreis des Einflusses benutzt, sondern wir wollen den gesellschaftlichen Wandel. Ja, wir wollen, dass das von oben herabkommt, sozusagen. Und das ist sowohl psychologisch als auch philosophisch, ist das einfach utopisch. Ja, wir können nicht erwarten, dass die Veränderung von oben herabkommt, sondern die Veränderung muss immer von innen herauskommen. Und in den meisten Fällen ist es dann auch so, selbst wenn die Welt sich nicht anarchisch strukturiert, ja, das ist für mich eigentlich dann egal. Wenn ich 100% anarchisch lebe und das Non-Aggression-Prinzip, Heilige und so weiter, dann ist das für mich irrelevant, ja, weil ich werde die Beziehungen in meinem Leben ausbauen, die, ja, die diese Prinzipien respektieren und so weiter. Und ich lebe dann vielleicht in meiner anarchischen Filterblase. Und Filterblase muss ja nichts Schlimmes sein, ja. Also, auch so die ganzen Ghettos in, was weiß ich, den Vereinigten Staaten, Chinatown und so, die Leute haben sich ja freiwillig in eine Region angesiedelt, weil das halt einfach das Miteinanderleben viel einfacher gemacht hat. Und ich denke, ein ähnliches Prinzip können wir beim Anarchokapitalismus auch anwenden. Okay. Damit genug des Tangents, kommen wir zurück zum Text. In einer Gesellschaft zu leben, statt auf einer einsamen Insel, entbindet einen nicht von der Verantwortung, sein eigenes Leben zu erhalten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass man sein Leben dadurch erhält, seine Produkte oder Dienstleistungen gegen die Produkte oder Dienstleistungen anderer Menschen zu tauschen. In diesem Handel strebt ein rationaler Mensch nicht danach mehr oder weniger zu bekommen, als ihm seine eigenen Anstrengungen einbringt. Was bestimmt seinen Verdienst? Der freie Markt. Das heißt, die freiwillige Entscheidung und das Urteil derer, die bereit sind, mit ihm zu handeln. Wunderschön gesagt, lieber Ayan. Also, das hatten wir auch schon in das Scheingeldsystem gelernt und in der Ethik der Freiheit, dass letztendlich der Mensch, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Geld benutze, das ist immer eine Tauschaktion. Nur tausche ich halt mit einem Medium, zum Beispiel jetzt also Goldmünzen oder Monero oder Euro, wenn man das Fiatgeld benutzt und so weiter. Und alle interpersonellen Beziehungen, das heißt, Beziehungen zwischen zwei oder mehr Menschen im freien Markt, beruhen auf Freiwilligkeit. Das heißt, wenn ich morgens zum Bäcker spaziere und mir mein Laugenbrötchen kaufen will, dann mache ich das aus freien Stücken und der Bäcker macht das auch aus freien Stücken. Ja, ich laufe da nicht mit der Pumpgun rein und sage, so, gib mir mal die Laugenbrötchen, bitte fünf und eins mit Butter oder so, sondern ich lege da mein Geld drauf, auf den Tresen. Und der Bäcker, ja, der zwingt mich auch nicht, da morgens reinzugehen, was weiß ich, klingelt mich um fünf Uhr morgens wach und hält mir dann auch die Pumpgun ins Gesicht und sagt, so, jetzt hier sind deine Laugenbrötchen, so nach dem Motto, oder gib mir dein Geld, ja, ich gebe dir keine Laugenbrötchen. Das ist alles auf Freiwilligkeit und das ist das Grundprinzip der freien Marktwirtschaft. Wir sind souveräne Individuen mit Eigentumsrechten, und wir tauschen die Eigentumstitel über unser Eigentum im freiwilligen Einvernehmen miteinander aus. Also, wir merken, ein Rand auch eine sehr marktradikale, auch wenn sie da nicht so konsequent ist wie Rothbard, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Wenn ein Mensch mit anderen handelt, zählt er, explizit oder implizit, auf ihre Rationalität. Das heißt, auf ihre Fähigkeit, den objektiven Wert seiner Arbeit zu erkennen. Okay. Ich muss hier cringen, weil sie objektiven Wert schreibt und ich weiß nicht, wenn ihr die anderen Folgen von mir gehört habt, ich bin der starken Auffassung, dass es sowas wie objektiven Wert nicht gibt. Ich glaube, Wert ist immer subjektiv, das heißt, er liegt immer im Auge des Betrachters. Also, aber letztendlich ist das ja egal. Ich glaube, was sie wirklich ausdrücken will, um das mal in meinen Worten auszudrücken, ist, ich vertraue auf die Fähigkeit der anderen, Wert in meiner Arbeit zu erkennen. Beziehungsweise, wenn jemand keinen Wert in meiner Arbeit erkennt, wenn jemand, was weiß ich, sagt, hey, du backst deine Laugenbrötchen nicht glutenfrei, die sind für mich wertlos, dann ist das halt so und dann kommt kein Tausch zustande. Das heißt, es gibt ja keinen objektiven Wert im Laugenbrötchen drin. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber wenn du Hunger hast, ja, das ist ja trotzdem, der Hungernde schätzt das Laugenbrötchen wert. Das Laugenbrötchen an sich kann keinen Wert halten. Es ist ein totes Ding. Okay. Ein Handel, der auf irgendetwas anderem als Freiwilligkeit basiert, ist Betrug oder Raub. Obwohl, ja, ein Handel, das ist ja dann, also ich sage dir, ich verkaufe dir ein nagelneues Auto und dabei ist das Auto gar nicht nagelneu, das ist Betrug. Wenn daher ein Mensch in einer freien Gesellschaft ein Ziel verfolgt, setzt er sich nicht der Gnade ihrer Launen, ihrer Vorteile oder ihrer Gefälligkeiten aus. Er ist nur abhängig von seiner eigenen Anstrengung. Direkt durch das Verrichten von objektiv wertvoller Arbeit indirekt durch die objektive Bewertung seiner Arbeit durch andere. Also, da merkt man halt, dass ein Rand kein Anhänger der österreichischen Schule war. Also, sie ist da nicht so konsequent. Sie hat die subjektive Werttheorie nicht internalisiert. Deswegen lese ich das nochmal anders vor. Direkt durch das Verrichten von Arbeit indirekt durch die subjektive Bewertung seiner Arbeit durch andere. Also, wenn ein anderer deine Arbeit bewertet, dann macht er das ja nicht am objektiven Maßstab, sondern am eigenen subjektiven Maßstab. Ich hoffe, dieser Punkt kommt rüber. Aber ein Rand hat irgendwie so ein Faible für das Wort objektiv. In diesem Sinne hat ein rationaler Mensch keine Wünsche und verfolgt keine Ziele, die nicht durch eigene Anstrengung erlangt werden können. Er tauscht Wert gegen Wert. Das ist wichtig. Das ist das Prinzip der freien Marktwirtschaft. Man tauscht Wert gegen Wert auf freiwilliger Basis. Er verfolgt oder will nie das Unverdiente. Er, wenn er ein Ziel anstrebt, das die Kooperation vieler Leute erfordert, zählt er nie auf etwas anderes als seine Fähigkeit, andere zu überzeugen und auf deren freiwillige Zustimmung. Also, wenn ich jetzt das Ziel habe, den Coronavirus auszulöschen, dann zähle ich darauf, dass ich andere Leute tatsächlich überzeugen kann und dass diese Leute intrinsisch, aus eigener Motivation heraus, mir freiwillig zustimmen, weil meine Argumente zum Beispiel so stark sind und ich werde da nicht mit der Pistole vor den Rumpf huchteln und sagen, so, jetzt wasch dir mal die Hände, sonst knall ich dich ab. Es erübrigt sich zu sagen, dass ein rationaler Mensch niemals seine Maßstäbe und Urteile korrumpiert oder verzehrt, um die Irrationalität der Dummheit oder der Unehrlichkeit anderer zu gefallen. Er weiß, dass solch ein Kurs selbstmörderisch ist. Er weiß, dass seine einzige praktische Chance, Erfolg oder irgendetwas menschlich Wünschbares zu erzielen, darin liegt, mit denen zu handeln, die rational sind, egal ob es derer viele oder wenige gibt. Wenn ein Erfolg unter vielen Umständen auch immer möglich sein soll, so kann ihn nur der Verstand erzielen. Und in einer freien Gesellschaft gewinnt letztlich die Vernunft, egal wie schwer der Kampf auch sein mag. Ganz wichtiges Zitat. In einer freien Gesellschaft gewinnt letztlich die Vernunft, egal wie schwer der Kampf auch sein mag. Das heißt, es ist kein Ponyhof. Es ist keine Rutsche, die wir einfach automatisch herunterrutschen, aber es ist ein, ja, ich glaube, das ist ein Schimmer der Hoffnung, dass die Vernunft letztendlich dominiert, dass die Vernunft gewinnt, dass der Markt gewinnt, dass das Individuum gewinnt und nicht der Zwang oder die Aggression oder das Kollektiv. Ein rationaler Mensch akzeptiert diesen Kampf als in seinem Interesse, da er in den Bereichen, in denen er handelt, nie den Kontext außer Acht lässt, weil er weiß, dass Freiheit in seinem Interesse ist. Er weiß, dass der Kampf um seine Interessen die Möglichkeit des Scheiterns einschließt. Er weiß auch, dass keine Alternative für eigene Anstrengungen und keine automatische Erfolgsgarantie gibt, weder im Umgang mit der Natur noch im Umgang mit anderen Menschen. Ebenso wählt er seine Interessen nicht nach einem bestimmten Misserfolg oder der Laune des Augenblicks. Er lebt und urteilt nach langfristigen Gesichtspunkten und er akzeptiert die volle Verantwortung des Wissens darüber, welche Bedingungen für das Erreichen seiner Ziele notwendig sind. Hervorheben möchte ich nochmal den Satz hier. Ein rationaler Mensch akzeptiert diesen Kampf als in seinem Interesse, da er in den Bereichen, in denen er handelt, nie den Kontext außer Acht lässt, weil er weiß, dass Freiheit in seinem Interesse liegt. Oder Eigentumsrechte liegen im eigenen Interesse. Also wenn es keine Eigentumsrechte gibt, dann gibt es auch keine Selbstbesitzer, dann ist dein Körper gar nicht deiner, sondern er gehört einer anderen Gruppe oder der gesamten Menschheit. Und letztendlich funktioniert sowas nicht, weil, also erstens, wenn wir eine Gruppe haben, die Eigentümer sind und auch noch die Körper von anderen Menschen besitzen, dann haben wir eine Regel für die Menschen, die nicht verallgemeinerbar ist, die nicht universalisierbar ist und das kann kein ethischer Maßstab sein, weil eine Ethik für den Menschen muss für alle Menschen gelten, ungeachtet des Ortes, der Zeit und, ja, keine Ahnung, wie der Vater hieß und jetzt nur, weil mein Vater Ludwig der 14. war, heißt das noch lange nicht, dass ich auf einmal über andere Menschen bestimmen kann. Und, ne, nach dem kommunistischen Prinzip, nochmal, das hatten wir auch in der Ethik der Freiheit schon, wenn alle Menschen allen anderen Menschen gehört, dann müsste man sich ja erst mal die Erlaubnis von allen anderen Menschen einholen, ja, alle, was weiß ich, sieben Milliarden auf dem Planeten, ja, dass ich überhaupt meinen Körper benutzen kann und die Frage ist, how dare you, ja, how dare you, use your mouth, wie wagst du es dann, das ist ja nicht mal dein Mund, wie wagst du es, den Mund zu benutzen, um nach Erlaubnis zu fragen, weil du dafür nicht mal Erlaubnis bekommen hast, ja, also da ist man irgendwie in so einer kollektiven Paz-Situation, wo niemand nur einen Knochen bewegen kann, wo niemand überhaupt atmen darf, weil man sich ja erst die Erlaubnis von anderen Leuten einholen muss. Also, ne, Freiheit liegt immer in unserem Interesse und diese Freiheit inkludiert dann halt so Sachen wie, ja, ich möchte ein Unternehmen aufbauen und mir Wohlstand aggregieren oder, ja, gut, da würde jetzt ein Rant wahrscheinlich sagen, das wäre kein rationales Interesse, aber diese Freiheit beinhaltet auch sein eigener Zerstörer zu sein und Rothbard zum Beispiel würde jetzt sagen, ja, ethisch gesehen ist an Selbstmord nichts auszusetzen, ein Rant würde da jetzt wahrscheinlich widersprechen und so, aber, ne, du bist der Besitzer deines eigenen Körpers und als Besitzer kannst du auch entscheiden, dein Eigentum zu vernichten. Deswegen ist der Selbstmord in meinen Augen komplett, ja, komplett okay, also, das ist kein Verbrechen. Ja, also, du schädigst dir ja nicht das Eigentum einer anderen Person und dass sowas wie aktive Sterbehilfe in Deutschland nicht erlaubt ist, ist, denke ich, ein Indiz dafür, wie frei man tatsächlich ist in der guten Bundesrepublik Deutschland. Nämlich gar nicht, ja, also, wenn ich nicht mal die Entscheidung darüber fällen kann, mein eigenes Leben zu beenden, ja, was für eine Freiheit habe ich denn dann überhaupt? Gut, also, das war das Kapitel beziehungsweise die Abteilung über den Kontext und wir merken uns also, wir müssen immer diesen Kontext in Betracht ziehen, damit wir unsere Interessen ableiten können und ein Interesse, was wir immer halten sollten, ist eben die Freiheit, weil ohne die Freiheit können wir keine weiteren Interessen halten. Damit kommen wir zu dem Punkt C und zwar, wer erinnert sich? Richtig, die Verantwortung. Dies ist eine besondere Form intellektueller Verantwortung, der die meisten Leute ausweichen. Dieses Ausweichen ist die Hauptursache ihrer Frustration und Niederlagen. Also, wir kommen immer wieder auf Jordan Peterson, weil ich denke, das ist eng miteinander verwandt. Auch Jordan Peterson ist implizit wahrscheinlich ein Egoist und sagt, ja, du musst die Verantwortung über dein eigenes Leben übernehmen und du solltest ja progressiv mehr Verantwortung übernehmen können, weil du zum Beispiel irgendwann Familie hast und dann auch die Verantwortung über deine Kinder hast und der Verantwortung auszuweichen macht einen nicht nur psychisch krank, sondern es führt eben auch zu viel Frustration und Niederlagen. Die meisten Leute haben Wünsche ohne jeden Kontext als Ziel in einem nebligen Vakuum. Eine Vorstellung von Mitteln und Wegen zur Erfüllung dieser Wünsche haben diese Leute nicht. Sie erheben sich geistig nur lang genug um ein Ich-Will zu äußern und bleiben dort stehen und warten, als ob der Rest bei einer ihnen unbekannten Macht läge. Und wir überhalten einfach immer mal so im Hinterkopf während ich jetzt die nächsten Paragrafen hier lese an diese Mentalität Ja, der Staat muss für mich sorgen. Der Staat ist für mein Wohlergehen verantwortlich. Nicht ich selber, sondern eine Gruppe von Individuen, die sich da der Staatsapparat nennt. Sie verdrängen die Verantwortung, die gesellschaftliche Welt zu beurteilen. Sie halten die Welt für das Gegebene. Zitat Eine Welt, die ich nicht geschaffen habe, Zitat Ende, ist die tiefste Kernaussage ihrer Einstellung. Und sie versuchen nur, sich unkritisch den unbegreiflichen Erfordernissen dieser unerkennbaren anderen anzupassen, die die Welt doch geschaffen haben, wer auch immer das sein mag. Aber Demut und Anmaß sind zwei Seiten der gleichen psychologischen Medaille. In der Bereitwilligkeit sich selbst der Gnade anderer zu unterwerfen, liegt das implizite Vorrecht, blinde Forderungen an seinen Herren zu stellen. Es gibt zahllose Wege, auf denen sich diese Art metaphysischer Demut enthüllt. Zum Beispiel gibt es den Menschen, der reich sein will, aber nie daran denkt, herauszufinden, welche Mittel, Handlungen und Bedingungen erforderlich sind, um Wohlstand zu erlangen. Wer ist er denn schon, das zu beurteilen? Er hat die Welt nicht geschaffen und keiner hat ihm eine Chance gegeben. Ich denke, das trifft ins Herz der aktuellen Gesellschaft, dass man halt sagt, Rassismus, Sexismus, bla bla bla, white privilege und so weiter. Ich habe diese Welt nicht geschaffen, ich werde unter den Rädern zermarrt hat, anstatt sich mal wirklich auf den eigenen Kreis des Einflusses zu fokussieren. Weil jeder Mensch kann Handlungen machen, jeder Mensch kann Entscheidungen treffen, sofern du jetzt nicht in den Lauf einer Pistole blickst, aber normalerweise hat man die Freiheit zu handeln und mit rationalem Denken auch eine freie Entscheidung wieder, den Verstand zu benutzen, um eben die Handlungen, die für die eigenen Werte forderlich sind, zu betätigen. Und es zeugt eben genau von solcher Art metaphysischer Demut, in Anführungszeichen, wenn jetzt Leute sagen, ich kann doch nicht über diese Welt urteilen, niemand hat mir eine Chance gegeben, und so weiter und so fort. Erinnert mich auch an ein schönes Zitat aus Atlas Shrugged, wo, oder ich weiß jetzt nicht, ob Atlas Shrugged oder The Fountainhead, also entweder von Howard Rock aus The Fountainhead oder von John Galt aus Atlas Shrugged, wo so, keine Ahnung, da unterhalten sich eben zwei Leute, einmal entweder, ich sag jetzt einfach mal Howard Rock, also das ist der Protagonist aus The Fountainhead, auch ein sehr, sehr gutes Buch von Ayn Rand, und ihm wird so vorgeworfen, ja, das ist doch verrückt, ja, who is gonna let you, ja, wer wird dir das erlauben? und seine Antwort darauf ist, die Frage ist nicht, wer es mir erlauben wird, sondern wer mich stoppen wird, und das bringt uns so zum modern day John Galt, ja, zum modern day idealen Objektivisten, und ich weiß, ich lehne mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich bin der Meinung, ja, die Parallelen zwischen Atlas Shrugged, John Galt und Satoshi Nakamoto sind sehr, ja, sehr eindrucksvoll, ja, auch Satoshi Nakamoto hat sich darauf ausgemacht, den Motor der Welt zu stoppen, der Motor der Welt ist das Geld, und Satoshi Nakamoto hat sich aufgemacht, das Geld aus den Händen der Eliten zu nehmen, das Geld aus den Händen der Zentralbanken zu nehmen, und wieder zurückzugeben in die der Individuen, und die Frage war ja hier auch nicht, ja, wer erlaubt dir das? Stell dir mal vor, Satoshi Nakamoto hätte sein White Paper geschrieben und wäre dann zur Federal Reserve marschiert und hätte gesagt, so, ja, Leute, lieber Ben Bernanke, ich hätte hier eine Idee für eine neue Währung, die von keinem Staat kontrolliert wird, darf ich das machen? Nein, natürlich nicht, ja, natürlich hätte er dafür nicht die Erlaubnis bekommen, das Geile daran ist ja, dass er gesagt hat, Who is gonna stop me? Ja, wer kann Bitcoin aufhalten? Und, wir, äh, ja, ich denke, die letzten elf Jahre sind Beweis genug, keiner kann ihn aufhalten, unstoppable, ja, okay, also nicht fragen, wer gibt dir eine Chance, sondern einfach machen. Dann gibt es das Mädchen, das geliebt werden möchte, aber nie daran denkt, was Liebe ist, welche Werte sie erfordert und ob sie irgendwelche Tugenden besitzt, für die sie geliebt werden könnte. Wer ist sie denn schon, das zu beurteilen? Liebe so zu fühlen, ist eine unerklärliche Gefälligkeit, also sehnt sie sich nur danach und fühlt, dass jemand sie um ihren Teil der Gefälligkeit gebracht hat. Ja, oft wird auch Liebe mit Lust verwechselt, ja, gerade junge Mädchen, ähm, sind natürlich in der Blüte des Lebens und werden oft von, äh, ja, Männern, ähm, ja, durchgetragen, eben weil sie so wunderschön sind und weil die meisten Männer mit ihnen Sex haben wollen und dann, wenn die Blüte langsam verwelkt, dann merken die auf einmal, dass sie ganz ohne irgendeinen Rückhalt dastehen und dass ihre komplette Macht ihnen entschwindet. Also, äh, wenn wir geliebt werden wollen, fragen wir uns, welche Werte das erfordert, welche Tugenden wir besitzen und welche Handlungen wir natürlich unternehmen müssen, ganz alleine in unserem Kreis des Einflusses, ähm, um letztendlich, ja, geliebt zu werden und jemanden zu finden, der diese Werte auch hält, der diese Tugenden schätzt und das Resultat daraus ist Liebe. Dann gibt es die Eltern, die tief und aufrichtig leiden, weil ihr Sohn oder ihre Tochter sie nicht liebt, die aber gleichzeitig alles, was sie von, von den Überzeugungen, den Werten und Zielen ihres Sohnes wissen, ignorieren, bekämpfen und zerstören, ohne je an die Verbindung zwischen diesen beiden Fakten zu denken und ohne je einen Versuch zu unternehmen, ihren Sohn zu verstehen. Die Welt, die sie nicht geschaffen haben und die sie nicht anzweifeln wagen, hat ihnen erzählt, dass Kinder ihre Eltern automatisch lieben. Ja, Blut ist dicke als Wasser. Nein, das ist es nicht und nur, weil, ja, aus deiner Vagina, aus deinem Hodensack ein Kind entstanden ist, heißt das noch lang nicht, dass dein Kind dich automatisch lieben wird. Natürlich, ja, das Band zwischen Eltern und Kindern ist normalerweise sehr, sehr stark und viele Kinder, leider, leider, lassen sich viel zu viel gefallen von ihren Eltern, sowohl emotionale Misshandlungen als sogar auch physische Misshandlungen, ja, also, wenn man da Geschichten hört von Eltern, die ihre Kinder vergewaltigt haben oder die ihre Kinder vernachlässigt haben und die Kinder entwickeln so eine Art Stockholm-Syndrom, das ist natürlich sehr, sehr tragisch, aber, ne, das ist, letztendlich basiert das alles auf emotionaler Manipulation der Eltern und eigentlich, wenn sie rationale Kinder herangezogen hätten, würden die Kinder sie für ihre Tugenden lieben und nicht einfach nur, weil, ja, sie biologisch gesehen von ihnen abstammen. Dann gibt es den Mann, der einen Job will, aber nie daran denkt, herauszufinden, welche Qualifikationen der Job erfordert oder woraus gute Arbeit besteht. Wer ist er denn schon, das zu beurteilen? Er hat die Welt nicht geschaffen. Jemand schuldet ihm seinen Lebensunterhalt. Wie? Irgendwie. Ja, also, ich studiere Gender Studies und, oder, was heißt ich, Arts History und, ja, irgendjemand schuldet mir jetzt seinen Job und was? Nur McDonalds will mich für Minimum Wage einstellen. Oh nein, oh nein, das, ja, hier ist Ungerechtigkeit, ja, soziale Ungerechtigkeit. Ich bin unterdrückt, anstatt, dass ich mich selber mal um meinen Kreis des Einflusses kümmere und mir rational überlege, was ist denn in der heutigen Jobwelt gefragt? Welche Berufe werden gut bezahlt? Welche Berufe werden nicht gut bezahlt? Ja, die Realität ist halt, niemand kümmert sich einen feuchten Dreck um Arts History Majors. Die Leute wollen lieber irgendwie Ingenieure haben, ja, ob sowohl mechanische Ingenieure als auch Software Ingenieure oder, ja, gut, könnt ihr euch jetzt selber überlegen. Aber, ne, also für mich war das zum Beispiel eine, ähm, ein Kriterium, äh, das ich mir Programmieren beibringe, weil ich mir hier gefragt habe, ja gut, was macht mir denn Spaß? Ja gut, Computer finde ich eigentlich ganz toll und, äh, welche Qualifikation brauche ich jetzt, dass ich in der mittelfristigen Zukunft da einen Job finden kann? Und eine Qualifikation wäre zum Beispiel, hey, lern doch mal eine Programmiersprache, ja, lern doch mal, wie du Git benutzt, lern doch mal, wie ein Netzwerk aufgebaut ist und so weiter und so fort. Das sind alles Qualifikationen, die ich mir jetzt beibringe, weil ich erkannt habe, durch einen rationalen Denkprozess, dass ich, ja, dass das wertvoll ist für andere Leute. Und ich stelle mir eben jetzt nicht genau die Frage, ja, wer bin ich denn schon, das zu beurteilen? Ich bin ein Individuum, ich bin ein rational denkender Mensch, ich bin der Richter über die Welt, über meine Welt und ich kann diese Urteile fällen. Ein europäischer Architekt aus meinem Bekanntenkreis erzählte mir eines Tages von einer Reise nach Puerto Rico Mit Empörung über das gesamte Universum beschrieb er die elenden Lebensbedingungen der Puerto Ricaner. Dann beschrieb er, welche Wunder das moderne Wohnungswesen für sie leisten könnte, was er sich genau ausgemalt hatte, einschließlich der elektrischen Kühlschränke und der gekachelten Badezimmer. Ich fragte, Zitat, und wer soll das bezahlen? Zitat Ende. Er antwortete in einem leicht beleidigten, beleidigten, fast schnippischen Ton, Zitat, Och, was geht mich das an? Ein Architekt muss nur sagen, was getan werden soll. Soll sich das jemand anderes, soll sich doch jemand anderes über das Geld den Kopf zerbrechen? Zitat Ende. Ohne Worte, ich glaube, das ist genau der Punkt. Auch bei so vielen staatlichen Programmen. Wer soll das bezahlen? Bedingungsloses Grundeinkommen. Woher kommt das Geld, Leute? Ist mir doch egal. Mir geht es um die soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Genau das ist die Psychologie, aus der alle gesellschaftlichen Reformen, Sozialstaaten, edlen Experimente und die Zerstörung der Welt entstanden sind. Heftig. Vor allem von einem Rant kommt, die die russische Revolution selbst miterlebt hat, die gemerkt hat, am eigenen Leibe, was das bedeutet, wenn genau diese Philosophie, ja, ich bin doch nur der Architekt, soll sich jemand anderes darum kümmern, woher das Geld kommt, die genau das praktisch in die Realität umzusetzen versucht haben. Durch das Ignorieren der Verantwortung für die eigenen Interessen und für das eigene Leben lässt man die Verantwortung fallen. Jemals die Interessen und Leben anderer betrachten zu müssen, jener anderen, die irgendwie die Befriedigung der eigenen Wünsche übernehmen müssen. Wer ein irgendwie bei den Mitteln zulässt, mit denen seine Wünsche erreicht werden sollen, macht sich dieser metaphysischen Demut schuldig, die psychologisch gesehen, die Prämisse eines Schmarotzers ist. Wie Nathaniel Brandon in einer Lesung ausführte, bedeutet irgendwie immer irgendwer. Wow. Ja, ganz wichtig, ne? Also, nur zu sagen, ja, das wird schon irgendwie klappen, ist immer die Verantwortung auf jemand anderen schieben. Und wie Jordan Peterson uns lehrte, sollen wir die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Und eigentlich alle klugen Denker sagen genau das. Wir müssen selber gerade stehen, wir müssen selber die Verantwortung übernehmen. Damit kommen wir zu dem letzten Punkt, zu D, und zwar der Anstrengung. Da ein rationaler Mensch weiß, dass der Mensch seine Ziele durch eigene Anstrengung erlangen muss, weiß er, dass weder Wohlstand noch Arbeitsplätze oder irgendein menschlicher Wert in einer feststehenden, begrenzten, statischen Menge existiert, die nur darauf wartet, verteilt zu werden. Er weiß, dass alle Werte produziert werden müssen, dass der Gewinn des einen nicht der Verlust des anderen darstellt, dass das Ziel des einen nicht auf Kosten eines anderen verdient wird, der es nicht erreicht hat. Es gibt also keinen Fixed Pie, es gibt keinen Kuchen, der aufgeschnitten wird und jeder kriegt ein kleines Stückchen, sondern das Potenzial der Menschen ist unendlich und wir können diesen metaphorischen Kuchen erweitern und uns unsere eigenen Stückchen backen sozusagen oder unsere eigenen Kuchen backen. Deswegen denkt er nie, dass er irgendeinen unverdienten einseitigen Anspruch auf irgendeinen Menschen hat und er überlässt seine Interessen nie der Gnade einer einzelnen Person oder eines anderen spezifischen Einzelfalls. Er mag Kunden brauchen, aber nicht einen bestimmten Kunden. Er mag einen Job brauchen, aber nicht einen bestimmten Job. Wenn er auf Konkurrenz trifft, stellt er sich ihr und er wählt einen anderen Beruf. Kein Job ist so langsam, dass eine bessere, geschicktere Leistung unbemerkt und ungewürdig durchgeht. Nicht in einer freien Gesellschaft. Fragen Sie jeden beliebigen Büroleiter. Nur die passiven, schmarotzenden Repräsentanten der metaphysischen Demut sehen jeden Mitbewerber als Bedrohung an, weil der Gedanke, die eigene Stelle durch persönlichen Verdienst zu erreichen, nicht Teil ihres Weltbildes ist. Sie betrachten sich selbst als austauschbare Mittelmäßigkeiten, die nichts anzubieten haben und die in einem statischen Universum um grundlose Gefälligkeiten von irgendjemand kämpfen. Ein rationaler Mensch weiß, dass man nicht durch Glück, Chancen oder Gefälligkeiten lebt. Dass es so etwas wie eine einzige Chance oder einzige Gelegenheit nicht gibt und dass dies eben durch das Vorhandensein von Konkurrenz garantiert wird. Für ihn ist kein konkretes spezifisches Ziel und kein Wert unersetzlich. Er weiß, dass nur Personen unersetzlich sind, nur die, die er liebt. Jetzt werde ich ganz sentimental hier. Wir sollten unsere Einstellung der Welt gegenüber so hin anpassen, denke ich, dass wir ihm nicht uns den Gefälligkeiten anderer Leute unterordnen. Dass wir nicht sagen, mein Chef muss mich bezahlen und wenn er das nicht tut, oder er muss mich einstellen, wenn er das nicht tut, dann werde ich nie wieder einen anderen Job finden, so nach dem Motto. Sondern, dass wir das Mindset, das Growth Mindset annehmen. Und dass wir sagen, wenn es das nicht wird, dann suche ich mir eine andere Gelegenheit. Und wenn ich zu wenig Gelegenheiten habe, dann schaffe ich mir selber neue Gelegenheiten. Und ja, gut, auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen. Nicht denken, oder beziehungsweise, wenn du denkst, dass du deinen Job jetzt nur hast, weil dein Chef selber zu inkompetent ist, zu verstehen, dass du eigentlich gar keine Arbeit machst und dass du den Job gar nicht verdient hast, dann solltest du dich auf den Hosenboden setzen und dir überlegen, wo du vielleicht in zehn Jahren stehen willst und welche Qualifikationen du dafür erreichen musst und so weiter und so fort. Er weiß, dass es keine Interessenkonflikte zwischen rationalen Menschen gibt. Nicht einmal in Sachen Liebe. Wie jeder andere Wert ist Liebe keine statische Menge, die aufgeteilt wird, sondern eine unbegrenzte Erwiderung, die verdient werden muss. Die Liebe für einen Freund ist keine Bedrohung der Liebe für einen anderen Freund und noch schließt die Liebe für die verschiedenen Mitglieder der Familie einander aus, vorausgesetzt, dass alle sie verdient haben. In der exklusivsten Form der romantischen Liebe gibt es keinen Wettbewerb. Wenn zwei Männer die gleiche Frau lieben, wird das, was sie für den einen fühlt, nicht davon bestimmt, was sie für den anderen fühlt. Noch wird es diesem weggenommen. Wenn sie einen von beiden wählt, hätte der Verlierer nicht haben können, was der Gewinner sich verdient hat. Also hier weiß ich nicht, ob ich mitgehe. Also vor allem, man muss sich ja im Hinterkopf behalten, dass ein Rant dieses Buch mit Nathaniel Branton geschrieben hat, mit dem sie ja romantisch involviert war, während sie ja mit Frank O'Connor verheiratet war. Also okay. Also für mich persönlich wäre das glaube ich nichts mit dieser Polygamie, aber es ist trotzdem interessant, das hier von allen Rant zu lesen. Nur unter den irrationalen, gefühlstriebigen Personen, derer Liebe unabhängig von jeglichen Wertemaßstäben ist, überwiegen Rivalitäten, zufällige Konflikte und blinde Entscheidungen. Aber wer dabei gewinnt, gewinnt nicht viel. Bei ihnen hat weder Liebe noch irgendein anderes Gefühl eine Bedeutung. Dies sind kurz gefasst die vier Hauptgesichtspunkte, in denen die Interessen eines rationalen Menschen enthalten sind. Lassen Sie uns zu der ursprünglich gestellten Frage zurückkehren, den zwei Männern, die sich um die gleiche Stelle bewerben, und lassen Sie uns festhalten, in welcher Weise sie diesen vier Betrachtungen widerspricht oder sie ignoriert. Also wir wenden jetzt unsere vier Punkte, die Realität, den Kontext, Verantwortung und Anstrengung, auf dieses konkrete Beispiel an, dass zwei Leute sich um den gleichen Job beworben haben. Der eine geht zuerst ins Bewerbungsgespräch, danach kommt der andere und nur einer der beiden kann den Job bekommen. Also, A, Realität. Die bloße Tatsache, dass zwei Männer die gleiche Stelle haben wollen, stellt keinen Beweis dar, dass einer von beiden sie verdient oder Anspruch darauf hat oder ob seine Interessen geschädigt werden, wenn er sie nicht bekommt. Also, das ist ganz wichtig, nur weil ich mich auf eine Stelle beworben habe, heißt das ja noch nicht, dass ich diese Stelle verdient habe. Das liegt ja letztendlich, wir haben ja hier wieder eine Tauschaktion zwischen zwei freiwilligen Individuen, das liegt ja natürlich letztendlich im Auge des Unternehmers, der die einen der beiden einstellt. Und, also wir können uns ja das so vorstellen, man geht ins Bewerbungsgespräch und sagt, hey, ich biete dir meine Leistung an für den und den Preis und der Preis ist in dem Fall natürlich das Gehalt. Und jetzt kann der Unternehmer sich entscheiden, ja, das ist wie auf dem Markt, ich habe zwei Stände, die gegenüber voneinander sind und ich wiege so die Äpfel und schaue mir an, der glänzt aber schön rot und keine Ahnung, der sieht vielleicht saftiger aus oder so und dann kann ich da auf dem Markt entscheiden. Und genau so, genau das gleiche Prinzip, das ist dasselbe Prinzip, ja, dasselbe Prinzip trifft auch bei dem Bewerbungsgespräch zu. Nur, dass wir jetzt halt das nicht mit Äpfeln zu tun haben, sondern mit der Dienstleistung von Menschen. Okay, Kontext. Beide Männer sollten wissen, dass, wenn sie eine Stelle wollen, ihr Ziel durch ein Unternehmen ermöglicht wird, das in der Lage ist, Beschäftigung anzubieten. Dass dieses Unternehmen, das Vorhandensein, mehrere Bewerber für eine Stelle benötigt, dass nur, wenn nur ein Bewerber existierte, er die Stelle nicht kriegen würde, weil das Unternehmen seinen Betrieb einstellen müsste. und dass ihr Wettbewerb um die Stelle in ihrem eigenen Interesse liegt, auch wenn einer in einem bestimmten Fall verlieren muss. Also, das ist auch so eine schöne Daumenregel, wenn du Konkurrenz hast in einem Markt, dann ist das ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass der Dienst oder das Produkt, was du produzierst, nachgefragt wird. Wenn du der einzige Hersteller bist in einem wirklich freien Markt, also abgesehen von einem Monopolmarkt, dann solltest du dir wirklich Sorgen um deine Zukunft machen, wenn du keine Konkurrenz hast. Weil, ja, also, jetzt mal abgesehen von dem Fall, ich habe hier gerade ein neues Marktsegment erschlossen und ich bin der Erste, der auf diese kluge Idee gekommen ist, sondern, ja, ich bin seit 20 Jahren in dem Markt und irgendwie meine Konkurrenten sind alle pleite gegangen oder sind vom Markt verschwunden, dann, ja, kommt der Präsenzenmann als nächstes für dich. Das heißt, hier den Kontext zu verstehen, dass sowohl wie das für Unternehmen gilt, gilt das eben auch für Arbeiter, Angestellte, die ihre Arbeitskraft, ihre Dienstleistung anbieten. Wenn sich andere Leute auf die Stelle bewerben, dann ist das eigentlich ein positiver Effekt. Und natürlich, dieses Konkurrenzdenken, das hat immer so, kriegt einen Bad Rap, ja, das wird immer sehr negativ angesehen. Aber, ja, für mich zum Beispiel, nochmal, wirklich jetzt auf mein persönliches Leben, ich weiß, dass es sehr viele Programmierer da draußen gibt, das ist für mich kein Grund zu sagen, ja, diese dummen Leute, die jetzt hier auch programmieren und mir potenzielle Jobs wegnehmen, sondern, für mich ist das ein super Ding, ja, das ist, erstens kann ich von denen lernen, ja, wie viele YouTube-Videos ich schon kostenlos sehen konnte, weil irgendjemand so enthusiastisch über ein bestimmtes Projekt war, dass er das erklärt hat, ähm, finde ich super, ja, und, dass Leute Module schreiben, ja, die ich selber benutzen kann in meinen eigenen Programmen und so weiter, das ist, und letztendlich spornt das mich dafür auch an, dass ich besser werde, ja, wenn ich jetzt schon der Oberprogrammiermaster wäre, dann würde ich sagen, ja, warum sollte ich denn meine Skills verbessern, wohingegen, wenn ich jetzt in einem kompetitiven Markt bin, dann möchte ich mich ständig verbessern, ich möchte up to date bleiben und die neuesten Tricks lernen und so weiter und so fort, das heißt, letztendlich steigt dafür natürlich die Qualität der Produkte oder Dienstleistungen für Konsumenten und in diesem Fall wärst du jetzt zum Beispiel ein Konsument, ja, wenn du dein Handy aufmachst, diese ganzen Apps, die du da hast, das ist letztendlich durch Konkurrenz entstanden und der Handymarkt beziehungsweise der Softwaremarkt ist eben ein sehr junger Markt und deswegen noch nicht wirklich sehr reguliert und, ähm, ja, ein, ich möchte jetzt nicht sagen ein komplett freier Markt, weil es dann natürlich intellektuelles Eigentum gibt und so weiter und das, das limitiert, aber im Großen und Ganzen können wir hier schon die Formen eines tatsächlich freien Marktes erkennen und jetzt zum Beispiel gerade in der Open Source Welt, ja, wo wir eben keine Copyrights haben, da sieht man das tatsächlich und, also, wenn ich jetzt mal anschaue, mein Betriebssystem, ja, Linux ist unglaublich geil, ich kann unglaublich viel anpassen, es ist alles kostenlos, ja, what the fuck und, ähm, ich habe jetzt neulich so einen, äh, YouTube Channel gefunden, der heißt Jim Browning, werde ich auch in den Show uns verlinken, muss ich kurz aufschreiben, ähm, der, das kann man sich wirklich mal anschauen, der Scam Scammer, ja, also es gibt so Callcenter in Indien, die, ähm, ja, was weiß ich, 70-Jährige aufwärts abzocken, die haben dann irgendwelche Pop-Ups im Browser, wo dann der Browser einfriert und es blinkt so, was weiß ich, rote Alarmglocke, bitte rufen Sie schnell diese Nummer an und dann wollen die, diese Leute abziehen, irgendwie Geld aus dem Bankkonto überweisen und so weiter und so fort und das sind immer durch die Bank, sind das Windows-Maschinen, ja, also gut, aber anderes Thema, kommen wir zu Punkt C und zwar der Verantwortung. Niemand hat das moralische Recht zu erklären, er wolle alle diese Dinge nicht in Betracht ziehen, er wolle bloß eine Stelle, er hat kein Anrecht auf irgendeinen Wunsch oder irgendein Interesse, in Anführungszeichen, ohne das Wissen darüber, was dessen Erfüllung möglich macht. Also, das zieht wieder Punkt A und Punkt B, die Realität und den Kontext mit sich ein und letztendlich, ja, du hast kein Anrecht, kein moralisches Anrecht, dass irgendjemand dich anstellt für irgendwas auch immer, sondern, wenn das passieren soll, dann muss das auf dem freien Markt Wert für Wert sein und der Arbeitgeber muss sich aus freien Stücken für dich entscheiden und, ja, also nur weil du jetzt dich vor dieser Verantwortung drückst, heißt das noch lange nicht, dass das dich moralisch zu irgendwas enttitelt. D, Anstrengung. Wer auch immer die Stelle bekommt, hat sie verdient, vorausgesetzt, dass der Arbeitgeber rational ist. Also, wenn, wenn jetzt die, das sind, gut, hier in dem Beispiel sind es zwei Männer, aber wenn der eine jetzt ein, was weiß ich, älterer Mann ist und der andere Bewerber ist eine junge, hübsche Frau und der Arbeitgeber sollte sich eigentlich für den Kompetenteren der beiden entscheiden und in, ja, diesem hypothetischen Beispiel wäre das jetzt zum Beispiel der Mann, aber er verliebt sich auf den ersten Blick in die junge, hübsche Dame und stellt sie dann dafür ein. Das wäre dann natürlich in gewisser Weise unverdient, aber gut. Er verdankt die Stelle seinem eigenen Verstand, also derjenige, der die Stelle bekommt, ganz ähnlich verhält es sich ja mit dem Homesteading auch, also Homesteading das Prinzip, ich finde neues Land, ja, naturbelassenes Land und mixe es dann mit meiner Arbeit und mache dieses Land so zu meinem Eigentum, nur weil ich jetzt das Land zu meinem Eigentum gemacht habe, ja, und damit der exklusiv Entscheider über das Eigentum bin, heißt das nicht, dass es anderen Leuten weggenommen wurde, weil es war vorher naturbelassen, ja, es hat nicht irgendwie der gesamten Menschheit oder so gehört und dafür verweise ich euch auch nochmal auf den Anfang von die Tugend, ja, die Ethik der Freiheit. Damit kommen wir zum Schluss und zwar all dies gilt nur für die Beziehungen unter rationalen Menschen und nur für eine freie Gesellschaft. In einer freien Gesellschaft muss man nicht mit irrationalen Menschen handeln, man ist frei, ihnen aus dem Weg zu gehen. In einer unfreien Gesellschaft kann niemand Interessen verfolgen, nichts ist möglich, außer langsamer und allgemeiner Zerstörung. Ja, also, das war jetzt so die praxiologische Betrachtungsweise also in gewissem Maße für wie funktioniert das in einer freien Gesellschaft und natürlich hat man in einer freien Gesellschaft das Recht zu diskriminieren, aus welchem Grund auch immer und in einer unfreien Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wie wir sie gerade haben, steuern wir eben langsam, aber sicher auf den Abgrund zu. Gut, und ich glaube, dieser Absturz wird sehr, sehr bald kommen und ich glaube, der wird noch dieses Jahr kommen, was ist jetzt natürlich keine Vorhersage, ich habe keine Kristallkugel, aber wenn man sich so mal anschaut, was die Zentralbank in den USA gerade macht, die pumpt massiv Geld in das System und wenn man sich mal anschaut, wie die Aktienkurse sich verhalten, die Aktienkurse steigen nicht, weil es den Unternehmen so gut geht, sondern weil so viel neues Geld in den Umlauf kommt. Das heißt, also, die Inflation pumpt die Preise und man darf eben nicht den Fehler machen, sich in diesem staatlichen Geldsystem an die nominalen Preise zu halten. Aber gut, das war es von meiner Seite erstmal, das war die Vorlesung zu dieser Woche, ich werde mich jetzt wieder ein bisschen ans Programmieren machen, die ersten zwei Telegram Bots habe ich schon geschrieben, die findet ihr auch in der Alex Anarcho Diskursgruppe und natürlich gilt das gleiche wie nach jeder Folge, wenn ihr das gut findet, was ich mache, dann unterstützt mich gerne mit ein bisschen Monero, mit ein bisschen Bitcoin, die Adressen dazu findet ihr auf meiner Webseite unter alexanarcho.net forward slash support und ja, damit verabschiede ich mich für diese Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.